Heute sind wir mal wieder in der Medizintechnik unterwegs, ich habe einige spannende Statistiken zu Intuitive Surgical ausgegraben und wir schauen einmal auf die Kennzahlen und Risiken des Unternehmens, um euch einen kurzen Überblick zu verschaffen. Die Marktposition von Intuitive Surgical ist enorm schwer zu bestimmen. Der globale Markt für chirurgische Robotik beinhaltet aktuell mehr als 70 nennenswerte Unternehmen weltweit, die hier kräftig investieren. Schlagkräftige Konkurrenten sind zum Beispiel seit neuestem auch Johnson & Johnson, Medtronic, Siemens Healthy Nears, Striker und viele weitere. Intuitive Surgical ist vor allem im Marktsegment der minimalinvasiven Chirurgie aktiv, was gleichzeitig auch ein sehr großes Untersegment im Markt der chirurgischen Robotik ist. 2018 hielten sie daher einen Marktanteil im Markt für chirurgische Robotik von 80,6% dank ihrer Da Vinci Produktreihe, die sie seitdem stetig über vier Produktgenerationen weiterentwickelt haben. Ein massiver Vorteil, den das Unternehmen unter anderem in dieser Nische besitzt, ist, dass ihre Kunden wiederkehrende Kosten haben, da bestimmte Teile des verkauften Equipments nach wenigen Operationen ersetzt werden müssen. So generiert Intuitive Surgical fortwährend Umsätze mit einmal verkauften Geräten. Im Jahr 2020 hielten sie dann noch immerhin 79,82%, verloren also in zwei Jahren weniger als einen Prozent Marktanteil. Prognosen zufolge soll sich der Marktanteil von Intuitive Surgical aber bis 2031 drastisch reduzieren, auf 52,06%, was immerhin ein Rückgang um fast 30% Marktanteil bedeuten würde. So negativ das auch erstmal klingen mag, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Denn der Markt steht erst am Anfang und gerade jetzt beginnen große Player wie Johnson & Johnson oder Metronic ebenfalls massiv in dieses Marktsegment zu investieren. In neun Jahren immer noch einen Marktanteil von mehr als 50% zu besitzen, wäre daher gar nicht schlecht, ist zumindest meine Meinung. Damit ist aber auch klar, der Markt wird in Zukunft oder bereits jetzt mächtig wachsen, aber auch einen großen Konkurrenzdruck entfachen. Was wiederum auch bedeutet, dass First Mover wie Intuitive Surgical durchaus vom Markt eingeholt und überholt werden könnten. Wenn wir den speziellen Medizin-Robotik-Markt einmal verlassen und auf den generellen Markt für medizinische Geräte und Zubehör blicken, besitzt Intuitive Surgical hier einen Marktanteil von ca. 3,07%. Daran erkennt man auch, dass sie in ihrer durchaus attraktiven Nische, zwar die Führenden sind, im übergeordneten Markt aber mächtige Konkurrenten lauern, die in ihre Nische vordringen könnten bzw. dies schon angekündigt haben. Intuitive Surgical liegt auf Platz 40 der Unternehmen, die 2020, 2021 am stärksten in ihren Ausgaben für Forschung und Entwicklung gewachsen sind. Von ihrem Börsenwert her liegen sie auf Platz 7 der weltweit führenden Unternehmen für Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Somit sind sie zumindest vom Börsenwert her definitiv eines der größeren Unternehmen in dieser Branche, wenn gleiche Unternehmen wie die United Health Group oder Thermo Fisher Scientific deutlich vorne liegen. Von den Umsätzen her liegen sie mit deutlich unter 10 Milliarden Dollar Umsatz auf Platz 13 hinter der Spitzengruppe um Unternehmen wie Fresenius oder Medtronic. Klar, der Markt ist groß und viele Unternehmen definieren sich hier eben vor allem durch ihre Spezialisierungen in Nischen. In Europa liegt das Unternehmen auf Platz 15, was die Anzahl der Patentanmeldungen 2020 angeht. Mit unter 100 Patenten liegen sie hier deutlich hinter Medtronic und Johnson & Johnson. Die reine Anzahl der Patente ist aber deshalb schon geringer, weil die Nische, die Intuitive Surgical bedient, Roboter für die minimalinvasive Chirurgie, natürlich kleiner ist als der Markt, auf dem sich Johnson & Johnson und Co. aufhalten. In den USA liegen sie im Ranking der größten Robotic-Patent-Owner ohne speziellen Medizinfokus immerhin auf Rang 10. Zwischen 2011 und 2019 stieg die Anzahl ihrer Patente von unter 300 auf über 500 an. Vor allem Unternehmen mit Bezug zum Automobilsektor sind hier von der Anzahl her führend. Für die Marktposition gibt es sehr gute 4 von 5 Sterne. Ein Marktanteil von mehr als 50% im Markt für chirurgische Robotik bis 2031 klingt verlockend. Einen Punkt Abzug gibt es aber natürlich für die Tatsache, dass sie im übergeordneten Markt für Medizintechnik ein eher kleines Licht sind. Folgt auf Instagram dem Kanal CheckAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Im Umsatz konnte Intuitive Surgical 2021 stark wachsen. Hier wuchs der Umsatz von etwas mehr als 2 Milliarden Dollar in 2015 auf beinahe 6 Milliarden Dollar in 2021 an, nachdem 2020 ein eher stagnierendes Jahr war. Die Erwartungen der Analysten sehen für 2022 und 2023 ein Wachstum auf über 7 Milliarden Dollar vor. Sie erwarten hier also ungebremstes Wachstum. Sollten diese Erwartungen nicht eingehalten werden können, ist mit Kursrückgängen zu rechnen. Auch im EBIT, also im operativen Ergebnis, wuchs das Unternehmen 2021 stark. Von weniger als 1 Milliarde Dollar im EBIT 2020 und eher stagnierenden Jahren 2018 und 2019 wuchs das EBIT 2021 auf beinahe 1,5 Milliarden Dollar an. Bis 2023 erwarten die Analysten einen Anstieg um nochmals 30 Prozent auf beinahe 2 Milliarden Dollar im EBIT. Um diesen Anstieg im operativen Ergebnis zu erreichen, sollen die EBIT Margen, die 2021 erstmals bei ca. 27 Prozent lagen, bis 2023 leicht auf über 28 Prozent ansteigen. Auch hier wird also ein Wachstum erwartet, sodass das Unternehmen im Umkehrschluss rentabler werden soll. Die Fremdkapitalquote ist von über 30 auf ca. 23 Prozent gesunken, was positiv ist. Das Unternehmen weist also einen hohen Eigenkapitalanteil aus, was in Zeiten von steigenden Zinsen positiv zu bewerten ist. Die Bewertung der Aktie ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das Kursgewinnverhältnis lag zuletzt bei über 40 und ist damit relativ hoch, was wiederum negativ ist bzw. zeigt, dass die Aktie hoch bewertet ist. 2018 lag das KGV kurzzeitig sogar bei unter 20. Heute liegt das Kursgewinnverhältnis immer noch bei 47. Trotz des massiven Kursrückgangs in den vergangenen Monaten ist bei enttäuschenden Kennzahlen im Umsatz und Gewinn also weiterhin die Gefahr groß, dass die Bewertung der Aktie weiter leiden könnte. Von einem Aktienkurs über 320 Euro sank der Aktienwert bereits zwischenzeitlich auf unter 200 Euro, was einen Kursrückgang von mehr als 37 Prozent in der Spitze bedeutete. Seit Ende 2017 konnte die Aktie dennoch, selbst bei einem Kursstand von aktuell über 200 Euro, ein 100 Prozent Wachstum im Kurs hinlegen, sodass langfristige Anleger damals mit der Aktie immer noch jetzt positiv unterwegs sind. Dass sich das Unternehmen grundsätzlich auf Wachstumskurs befindet, sieht man auch in der Zahl der Angestellten. Die Zahl stieg von 2020 von 8.000 Angestellten auf beinahe 10.000 in 2021. Auch die Aktiver in der Bilanz, also die Vermögenswerte des Unternehmens, wachsen stetig von 6 Milliarden Dollar in 2017 auf beinahe 14 Milliarden Dollar in 2021. Der Markt für Operationsroboter ist in den vergangenen Jahren sehr rentabel für das Unternehmen gewesen. Mittlerweile sind aber mit neuen Konkurrenten wie Siemens Healthy Nears, Medtronic und Johnson & Johnson weitere Riesen in diesem Gebiet aktiv. Im Vergleich der Kennzahlen dieser Unternehmen sehen wir, dass Johnson & Johnson natürlich die absoluten Zahlen dominiert, mit mehr als 90 Milliarden Dollar Umsatz, gefolgt von Medtronic und Siemens Healthy Nears. Intuitive Surgical ist hier also von den Zahlen her als kleiner Konkurrent anzusehen, wenngleich sie in ihrer Nische natürlich kein kleiner Konkurrent mehr sind. Im Umsatzwachstum legte Intuitive Surgical in den vergangenen Jahren mit mehr als 9% Umsatzwachstum pro Jahr das beste Wachstum hin. Der überwiegende Teil der Konkurrenz wuchs um ca. 4% pro Jahr. Im EBIT legte Johnson & Johnson natürlich wieder das beste Ergebnis in absoluten Zahlen hin, gefolgt von Medtronics. Die EBIT-Margen sind jedoch bei Intuitive Surgical mit 27% überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu den Konkurrenten. Das zeigt, dass sich die Spezialisierung auf ihre Robotik-Nische im Marktvergleich lohnt. Ganz besonders sieht man das auch bei der Aktie Rainyshaw, ein Unternehmen, was unter anderem in der Gehirnchirurgie mit Robotik unterwegs ist, also eine leicht andere Nische, die eine EBIT-Marge von mehr als 30% vorweisen können. Wobei das Unternehmen noch sehr klein ist, mit ca. 320 Millionen Dollar im EBIT überhaupt. Die Dividendenrendite ist bei Johnson & Johnson und Medtronics gleichermaßen hoch, mit mehr als 2%. Siemens und Rainyshaw kommen hier nicht mit, Intuitive Surgical schüttet noch keine Dividende aus. In der Fremdkapitalquote liegt Intuitive Surgical erneut einen guten Wert hin. Getoppt wird das Ganze weiterhin von Rainyshaw, die auf ca. 18% kommen. Für kleinere Unternehmen ist die niedrige Fremdkapitalquote natürlich nochmals entscheidender. Für die Kennzahlen vergebe ich 4,5 von 5 Sterne. Das Wachstum im Umsatz ist enorm und ihre EBIT-Marge bzw. generell ihre Margen sind überdurchschnittlich gut, im Vergleich auch zu den größeren Konkurrenten. Bedenklich bleibt allerdings das Kurs-Gewinn-Verhältnis, welches auch weiterhin sehr groß ist, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aktie in ihrem Wachstum auch aufgrund der aktuellen Marktlage enttäuschen könnte, sodass weiterhin stärkere Kursrückgänge oder Stagnationen möglich sind. Und damit sind wir bei den Risiken von Intuitive Surgical. Das erste Risiko liegt auf der Hand. Der Konkurrenzdruck wird, wie in Kapitel 1 und 2 erwähnt, durch die starken und großen Konkurrenten aus dem Medizintechniksektor wachsen. Die Gefahr, dass die Marktanteile verlieren werden, ist groß. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich hier bei mindestens 90%. Die Schadenshöhe schätze ich aufgrund des wachsenden Marktes aber nur mittelmäßig mit 5 ein. Das zweite Risiko sehe ich darin, dass die Geschwindigkeit, in der sich der Markt weiterentwickeln wird, steigen wird. Das heißt, das Risiko liegt darin, dass Intuitive Surgical möglicherweise Fehlentwicklungen nicht kompensieren kann und im Zusammenhang mit Risiko 1 die Konkurrenz vorbeiziehen wird. Aufgrund ihrer aktuellen Marktposition sehe ich die Schadenshöhe hier bei 7%, die Eintrittswahrscheinlichkeit aber nur bei 20%, auch aufgrund des Wissens- und Erfahrungsvorsprungs, den das Unternehmen eigentlich besitzen muss. Das dritte Risiko sehe ich in der Kursbewertung und den Erwartungen. Vor allem aufgrund ihrer formidablen Marktposition und den, wie wir gleich noch sehen werden, positiven Prognosen für den Robotik-Medizintechnik-Markt, ist die Aktie in den letzten Jahren extrem gehypt worden. Dementsprechend sind diese Erwartungen auch bereits in diese Aktie eingepreist. Das heißt, das Unternehmen muss also weiterhin extrem stark wachsen und Botschaften, wie das Marktanteile verloren gehen oder Umsätze stagnieren, würden die Aktie relativ stark treffen. Gleichzeitig wird es bei den aktuellen Bewertungen schwer, die Erwartungen deutlich zu übertreffen. Bei der aktuellen Marktlage und weiterer wirtschaftlicher Abkühlung kann der Aktienkurs mittelfristig eben stagnieren oder sogar rückläufig sein, trotz der guten Gesamtsituation des Unternehmens im Markt. Die Schadenshöhe schätze ich hier mit 3 relativ gering ein, da ein stagnierender oder rückläufiger Aktienkurs das Unternehmen nicht sonderlich stark beeinflussen würde, im Kerngeschäft. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich hier aber bei 70%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 3 von 5 Sterne. Die Entwicklungen der Konkurrenz im Markt sollten unter ständiger Beobachtung stehen. Grundsätzlich hat das Unternehmen die eigene Entwicklung aber in der Hand. Die Analysten bewerten das Unternehmen weiterhin positiv. Die Citigroup bekräftigte am 16. Mai 2022 noch ihre Kaufempfehlung. Die Kursziele befinden sich im Bereich von 204 Dollar bis hin zu über 390 US-Dollar. Das mittlere Kursziel liegt hier aktuell bei 317 Dollar, was vom aktuellen Kurs bei 217 Dollar einen Unterschied von 45%, also 100 Dollar im Kurs bedeuten würde. Sollte sich die Aktie dem Analystenkurs von 317 Dollar annähern, winkt hier also eine nette Rendite von über 45%. Liest man sich die Mitarbeiterbewertungen auf den einschlägigen Jobportalen durch, schneidet das Unternehmen durchschnittlich ab. Vor allem lange Arbeitszeiten und Überstunden werden kritisiert. Gleichzeitig werden die guten Gehälter, die gute Atmosphäre und eine sehr klare, transparente Kommunikation innerhalb des Unternehmens gelobt. Gemessen an den Aufwänden für Forschung und Entwicklung liegt Intuitive Surgical auf Rang 16 in den Prognosen für 2024. Auch hier hält sich im Medizintechnik-Markt weiterhin der Eindruck, dass die Marktgiganten wie Medtronic das Feld dominieren und wesentlich mehr Geld investieren könnten als beispielsweise Intuitive Surgical. Wenn man diese Ausgaben für Forschung und Entwicklung ins Verhältnis zum Umsatz setzt, liegt Intuitive Surgical immerhin auf Platz 11, mit etwas mehr als 8% in 2024. Firmen wie Denerherr und Biomereieu kommen hier auf Zahlen jenseits der 10%. Es wird also schwer bleiben, für Intuitive Surgical die Marktposition mit diesem krassen Vorsprung zu halten, wenn einige Konkurrenten eben mehr forschen und entwickeln könnten. Dieses Geld, was bei der Konkurrenz mehr investiert werden kann, garantiert aber natürlich auch nicht deren Erfolg im Robotikmarkt. Der Markt für Robotikchirurgie wird in den kommenden Jahren nach einem kleinen Rückschritt in 2020 weiterhin stark wachsen, um mehr als 50% zwischen 2021 und 2030, nach Prognosen von NextMove Strategy Consulting zufolge. Prognosen von Inkwood Research sehen dabei Nordamerika und Europa als größte Märkte für 2028 vor. Der Asien- und Pazifikraum, der in Sachen Bedarf und Nachfrage aufgrund der Größe der Bevölkerung dort tatsächlich einen größeren Bedarf haben müsste, auf der Nachfrageseite, kommt hier auch in 2028 noch nicht an die Marktgrößen von Nordamerika und Europa heran. Daraus ließe sich theoretisch schließen, dass auch über 2028 hinaus das Marktpotenzial vor allem in Asien und im Pazifikraum groß ist. In der Prognose erhält Intuitive Surgical daher 4 von 5 Sterne. Zum einen besitzen sie bereits heute einen großen Marktanteil und gehören im Robotikchirurgie-Segment zur Spitze, die natürlich von der steigenden Nachfrage und dem steigenden Wachstum profitieren wird. Gleichzeitig sehen die Analysten die Kursziele weiterhin optimistisch, wobei die Konkurrenz allerdings ebenfalls großes Investitionspotenzial in diesen neuen Technologien sieht. In der Marktposition habe ich 4 von 5 Sterne vergeben aufgrund der Marktführerschaft im Robotikchirurgie-Bereich. In den Kennzahlen gab es für stabiles Wachstum und gute Margen 4,5 von 5 Sterne. Die Risiken bewerte ich mit 3 von 5 Sternen, vor allem die wachsende Konkurrenz muss beobachtet werden. In der Prognose gibt es 4 von 5 Sterne, da der Markt enorm wachsen wird, was aber gleichzeitig auch bereits in die Aktie eingepreist ist. Insgesamt erhalten wir dann einen Durchschnitt von 3,875 Sternen, den ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung? Ja, die Story stimmt bei diesem Unternehmen. Wachstum enorm, Markt wächst weiterhin, absolute Marktführerschaft im Teilsegment. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein und gleichzeitig gibt es auch viele, die diese Aktie als die beste Aktie in ihrem Portfolio bezeichnen. Tatsächlich, wenn man sich die bereits erwähnten Kursziele der Analysten aktuell anschaut, scheint die Aktie zur Zeit sehr günstig bewertet zu sein, naja, in Anführungsstrichen, wenn die Kursziele eigentlich fast 50% höher liegen würden. Auf der anderen Seite überwiegt bei mir das, was ich im Risiko 3 bereits genannt habe. Die Aktie war in den letzten Jahren immer mit einem hohen Kursgewinnverhältnis unterwegs, bei über 50% teilweise, auch aktuell ist das KGV nicht niedrig, trotz des starken Kursrückgangs. Hier sind die Erwartungen der Analysten und Anleger eben schon enorm groß, sodass Kleinigkeiten im Wachstum oder langsam aufkeimende Konkurrenten dem Aktienkurs schon stark schaden könnten, auch wenn die Wachstumsstory des Unternehmens an sich intakt bleibt. Ich finde die Aktie nicht unattraktiv, bin aber trotzdem nicht investiert und habe es aktuell auch nicht vor. Wie bei Einzelaktien üblich schwingt hier eben ein enormes Risiko mit, welches in den kommenden Jahren auch erstmal zu Stagnationen und Seitwärtsphasen bei dieser Aktien führen könnte. Die Volatilität wie zuletzt gesehen ist hier auch nicht ohne, langfristig ist aber natürlich auch die Chance auf kräftiges Kurswachstum aufgrund dieses höheren Risikos natürlich intakt. Langfristig ist dieses Unternehmen aus meiner Sicht an und für sich sehr spannend, passt aber im Moment nicht in meine Anlagestrategie, die sich vor allem in möglicherweise länger anhaltenden Krisenzeiten vor allem aktuell darauf fokussiert, mein Factor ETF Portfolio deutlich auszubauen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch auch ein ETF, der Intuitive Surgical beinhaltet, interessanter. Der Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF beinhaltet die Aktie im Moment mit ca. 8% Gewichtung, neben anderen Titeln wie z.B. Nvidia oder Fanuc. Weiterhin ist die Aktie im Luxor Robotics and AI ETF mit ca. 2% Gewichtung enthalten. Auch im LNG Robo Global Robotics Automation ETF ist Intuitive Surgical mit einem kleinen Prozentsatzgewichtung enthalten. Das sind also alles ETFs, die irgendwie auf das Thema Robotik abzielen und keinen klaren oder überhaupt keinen Medizinfokus besitzen. Der iShares US Medical Devices ETF bildet den Medizintechnikmarkt in den USA ab. Hier ist Intuitive Surgical mit mehr als 3,8% Gewichtung aktuell enthalten. Was haltet ihr von der Intuitive Surgical Aktie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Vergesst bis dahin nicht abzustimmen, welchen ETF ich in der kommenden Woche wieder analysieren soll. Bis dahin. Bleibt gesund.